Wohlstand kommt nicht nur von viel Geld verdienen oder klug investieren, sondern beginnt schon beim Sparverhalten. Aber anders als viele Leute glaube ich nicht, dass die beste Taktik beim Sparen ist, möglichst viele und gute Schnäppchen zu machen oder uns mit der Brechstange einzuschränken wie viele Frugalisten, sondern ich glaube, die viel bessere Taktik ist es, Dinge zu identifizieren, die uns zwar Geld kosten, aber die uns gleichzeitig nicht wirklich einschränken, wenn wir sie langfristig aus unserem Leben verbannen. Und welche Dinge das in meinem Fall sind, das zeige ich dir in diesem Video. Solltest du die ein oder andere Sache anders sehen als ich, ist das auch kein Problem. Denn das sind meine persönlichen 10 Dinge, für die ich kein Geld mehr ausgebe. Und welche Punkte du davon übernehmen willst, musst du selbst entscheiden. Falls du neu hier bist, mein Name ist Armin, ich bin Ingenieursdoktor in der MBA und auf diesem Kanal dreht sich alles um persönliche Finanzen, Investieren und finanzielle Unabhängigkeit. Und falls dich diese Themen interessieren, abonniere gerne diesen Kanal. Der erste Punkt auf der Liste ist der Friseur. Und ich bin immer sehr gerne zum Friseur gegangen und ich fand, die durchschnittlich 30 Euro pro Schnitt waren durchaus sein Geld wert. Dann kam der Lockdown und es war für eine lange Zeit nicht mehr so angenehm wie zuvor, zum Friseur zu gehen. Und aus diesem Grund hat dann meine Frau angefangen, meine Haare zu schneiden. Ein Haartrimmer mit Aufsätzen für unterschiedliche Längen für knapp 50 Euro hatte ich schon. Und zusätzlich haben wir uns noch zwei Scheren für zusammen knapp 40 Euro gekauft. Mit knapp 90 Euro waren wir also dabei und wenn wir mit 30 Euro pro Schnitt rechnen, war mein vierter Haarschnitt bereits kostenlos. Das heißt, bei zehnmal Haare schneiden haben wir uns über 200 Euro gespart. Klar braucht man dafür einen Partner, der das auch gerne macht. Aber es lohnt sich. Und wenn man sich gegenseitig die Haare schneidet, kann man sogar doppelt sparen. Wobei, bevor ich ihre Haare anfasse, geht meine Frau dann doch lieber zum Friseur. Kommen wir zum Fitnessstudio und ich war nie wirklich ein großer Fan davon, aber auch ich hatte schon mal vor zehn Jahren die glorreiche Idee, mich in einem anzumelden. Und natürlich war der Zwei-Jahres-Vertrag pro Monat deutlich günstiger als das monatliche Abo. Problem war nur, wer hätte es gedacht, nach ein paar Monaten bin ich gar nicht mehr hingegangen. Fitnessstudio ist einfach nicht meins. Man muss sein Zeug packen, hinfahren, Parkplatz suchen, warten bis die Geräte frei sind, duschen, zurückfahren. Und aus einem Workout von vielleicht 45 Minuten wurden schnell zwei Stunden Aufwand oder mehr. Da meine Zeit ohnehin schon immer recht knapp bemessen ist, muss es bei mir schnell und effizient gehen. Deswegen ich lieber jogge oder zu Hause Kurzhandeltraining mache. Alles was dazu nötig ist, ist ein einmaliges Investment von vielleicht 100 Euro für ein paar gute Laufschuhe oder Kurzhandeln. Und das ersetzt dann die jährliche Gebühr von 500 Euro oder was auch immer dein Fitnessstudio kostet. Und zusätzlich spart es viele Stunden an logistischem Aufwand, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Drittens kommt die Autoversicherung. Ich hatte schon immer die Angewohnheit, einmal im Jahr alle meine laufenden Verträge auf Kosten zu prüfen. Handy, Internet, Heizung, Strom, Auto und andere Verträge und Versicherungen. Und das kann ich nur jedem empfehlen, denn dadurch lässt sich richtig Geld sparen. Denn oft sind solche Verträge im zweiten Jahr deutlich teurer und man konnte einfach deutlich besser weg, wenn man seine Verträge regelmäßig wechselt. Aber eine Sache, die mir im letzten Jahr nochmal einen relativ hohen Betrag gespart hat, ist nicht der Wechsel, sondern die Anpassung der Autoversicherung. Dadurch, dass wir vor zwei Jahren noch woanders wohnten und damals relativ viel gefahren sind, hatten wir noch einen Vertrag mit relativ vielen Kilometern. Durch den Umzug fiel diese Vielfahrerei aber jetzt weg. Der Vertrag lief aber immer noch mit der alten Fahrleistung. Alleine die Anpassung der Kilometer, also gleiches Auto, gleiche Versicherung, spart uns 200 Euro pro Jahr. Falls du also aktuell weniger Kilometer fährst, als in deiner Versicherung angegeben, lass es deinen Versicherer wissen. Eine weitere Sache, auf die ich mittlerweile kaum mehr Rücksicht nehme, sind Rabattaktionen. Und dazu gehören alle Arten von Rabatten. Von den zahlreichen minus 60% Angeboten in Klamottenläden bis hin zu Tech-Artikeln, Software, Angebote in Supermarktprospekten, whatever. Viele Leute gehen auf Shoppingtour und geben zum Beispiel 400 Euro für Klamotten aus, die normal 1000 Euro gekostet hätten und sagen dann, sie haben 600 Euro gespart. Ich denke mir aber, okay, du hast jetzt eigentlich 400 Euro weniger als vorher in der Tasche und ich frage mich, ob du diese zusätzlichen vier Hosen und fünf Pullis wirklich brauchst. Es ist doch so, dass uns Rabattaktionen oftmals dazu verleiten, Dinge zu kaufen, die wir eigentlich gar nicht wirklich brauchen, nur weil sie gerade im Sale sind. Dann sammeln wir zu Hause mehr und mehr Zeug an und verwenden diese aber kaum. Zum Beispiel Klamotten, die nach zwei bis dreimal Tragen im Schrank vergammeln und gleiches gilt für Tech-Spielzeuge, Küchengeräte, DVDs, Bücher, Dekoartikel, Brettspiele und was man sonst alles noch so kaufen kann. Ich bin überzeugt, wenn wir nur das kaufen, was wir wirklich brauchen, weil es uns fehlt, kommen wir deutlich günstiger weg, als uns ständig Rabattcoupons, Prospekte oder Online-Deals reinzuziehen. Was anderes ist natürlich, wenn wir schon wissen, was wir brauchen. Dann kann ein Rabatt durchaus sinnvoll sein. Aber sich doch das Wühlen durch Rabattangebote zum Überkonsum verleiten zu lassen, ist etwas, das ich grundsätzlich rate zu vermeiden. Wo wir gerade bei Kleidung waren. Das Hemd, das ich gerade anhabe, ist Gebrauch gekauft. Ein gutes Hemd kostet vielleicht so 50 bis 60 Euro. Und als meine Frau sagte, komm, lass mal ausprobieren, eins Gebrauch zu kaufen, war ich zunächst sehr, sehr skeptisch. Aber leider muss ich zugeben, ich habe eine sehr kluge Frau und sie hatte mal wieder recht. Darf ich halt nicht allzu offen zugeben. Aber man kann Klamotten und sogar Business-Hemden relativ guter Winter, die bei Kleinanzeigen oder anderen Portalen kaufen. Ich habe zuletzt vier Hemden für je 10 Euro inklusive Versand gekauft und alle waren in einem super Zustand, quasi wie neu oder wie zwei bis dreimal getragen. Natürlich kann es passieren, dass dein Artikel in echt nicht so schön ist wie im Text oder auf den Fotos dargestellt. Aber meistens stimmt der Zustand schon relativ gut mit der Realität überein. Und im schlimmsten Fall sind halt mal 10 Euro weg. Aber 10 Euro sind immer noch viel weniger als 60 bis 70 Euro für ein neues. Der nächste Punkt sind Getränke und Drinks. Und hier kann man meiner Meinung nach wirklich viel sparen und das Ganze stimmt auf mehrere Arten. Alkohol, Zigaretten, Fastfood oder was auch immer, das sind alles Dinge, die nicht wirklich gesund sind, dafür aber aufs Jahr gerechnet ganz schön ins Geld gehen. Sagen wir, du rauchst jeden Tag eine halbe Schachtel und gibst jeden Freitag 50 Euro beim Party machen aus. Dann bist du bei knapp 4000 Euro im Jahr. Haben oder nicht haben. Aber Geld sparen beim Trinken ist auch im Alltag richtig, denn Süßgetränke enthalten oft super viel Zucker und sind nicht wirklich gesund, dafür aber um ein Vielfaches teurer als zum Beispiel Wasser. Gehörst du zu den Glücklichen, denen Leitungswasser schmeckt, dann kostet dich Trinken quasi fast gar nichts. Der Kasten Spezi oder Limo dafür knapp 15 Euro. Und wenn du jede Woche entkaufst, bist du im Jahr mit knapp 800 Euro dabei. Und Leute, der Kaffee in der Arbeit. Ich habe einen Freund, bei dem in der Firma arbeiten relativ viele Gutverdiener. Und viele von denen gehen mehrmals täglich zum Kaffeehaus ums Eck für ein Cappuccino a 3 Euro. Bei 5 Mal pro Tag, und nein, dieses Beispiel ist nicht übertrieben, dann sind das knapp 15 Euro täglich, pro Woche damit 75 Euro, pro Monat 300 Euro und im Jahr dann über 3000 Euro. Das Kaffeehaus freut sich natürlich, aber egal wie viel man verdient, das ist echt ziemlich sinnlos rausgefeuertes Geld meiner Meinung nach. Mit diesen 3000 Euro pro Jahr kann man echt Besseres anstellen. Nimm dir lieber von zu Hause eine Thermoskanne Filterkaffee mit, dann bist du mit 10 bis 20 Euro pro Monat dabei. Als nächstes kommen Bücher und ich persönlich habe schon immer viele Fachbücher zu unterschiedlichsten Themen gelesen und finde nach wie vor, dass diese Art der Weiterbildung sehr wichtig ist. Aber ich war früher ein echter Bücherkauf-Junkie und habe mir pro Monat mehrere Bücher gekauft und viele von denen tatsächlich auch gelesen. Und ich weiß, dass auch viele andere viel lesen und viel Geld für Bücher ausgeben und ich glaube, auch hier kann man einsparen. Thema Spontankäufe. Oft stand ich im Bücherladen und wenn ein Buch mich irgendwie angesprochen hat, dann habe ich es einfach mitgenommen. Leider bin ich mit dieser Methode oft auf die Nase gefallen, denn ich habe immer wieder festgestellt, dass es zu jedem Thema ein paar wirklich exzellente Bücher gibt. Geschrieben von echten Fachexperten. Und dann gibt es viele weitere Bücher, die den genau gleichen Inhalt nochmal zusammenfassen, kopieren oder recyceln und deswegen nicht wirklich originell sind. Und deswegen habe ich mit Buchkäufen vor allem spontan beim Stöbern komplett aufgehört und kaufe nur noch, wenn mir ein Buch explizit empfohlen wurde. Außerdem halte ich nichts von diesem neuen Sport, den viele betreiben, 100 Bücher pro Jahr oder so zu lesen. Denn ganz ehrlich, wenn man ständig von Buch zu Buch zu Buch springt, wie will man den Inhalt denn dann reflektieren oder gar anwenden? Wirklich exzellente Bücher wie zum Beispiel GetCommerce souverän investieren, lese ich lieber zehnmal und wende den Inhalt auch wirklich an, anstatt das zehnte nur mittelmäßige Buch über das gleiche Thema zu lesen. Und das spart halt den Betrag von neuen Büchern. Als nächstes kommen Abos und ich muss sagen, regelmäßige Zahlungen sind etwas, das ich generell nicht so gern mag. Die Einmalzahlung mit dauerhaftem Nutzungsrecht ist mir oft lieber. Aber auch hier gibt es ein paar Dinge, die ich gelernt habe, denn monatliche Abos sind manchmal auch die bessere Wahl. Wo man Geld sparen kann, ist beispielsweise im Bereich Streaming. Viele Leute haben mehrere Streaming-Dienste abonniert, also Netflix, Amazon Prime, Wow, Disney und wie sie sonst alle heißen. Und dann ist man ganz schnell bei 30 bis 50 Euro im Monat. Ich mache es so, dass ich monatlich den Streaming-Dienst wechsle. Ich habe zum Beispiel ein bis zwei Monate Netflix, dann kündige ich den und hole mir stattdessen Disney und im nächsten Monat habe ich wieder einen anderen. Und so zahle ich nicht alle Streaming-Dienste, sondern immer nur einen. Was gleichbedeutend ist mit 10 bis 15 Euro im Monat anstatt 30, 40 oder sogar 50 Euro. Bei Software kann man oft zwischen Monatsabo und Jahresabo und manchmal sogar Einmalzahlungen mit dauerhaftem Nutzungsrecht wählen. Natürlich sind Jahresabo oder Einmalzahlungen längerfristig günstiger, aber eben nur dann, wenn du wirklich weißt, dass du diese Software auch längerfristig verwendest. Wenn du eine Software erstmal nur testen willst, ist es oftmals besser, zunächst das Monatsabo zu wählen und später dann auf das Jahresabo zu wechseln. Auch wenn das bedeutet, dass man ein paar Euro mehr bezahlt, aber das ist immer noch besser als eine große Summe für eine Software zu bezahlen, die man dann doch nicht verwendet. Kommen wir zu Tech-Items und ich nehme mal das Handy als Beispiel. Ich selbst bin ja iPhone-Fan, bin aber nicht so drauf, dass ich ständig das neueste Modell brauche. Und das aus gutem Grund, denn immer auf das neueste Modell abzugraden ist ziemlich kostspielig. Vor allem, wenn die älteren Modelle auch vollkommen ausreichend sind. Wenn du nicht das neueste, sondern das zwei bis drei Generationen älter nimmst, ist das ein Bruchteil vom Preis, kann aber vielleicht trotzdem 90% vom neuesten Modell und hat vielleicht schon alles, was du brauchst. Und ich habe auch schon gute Erfahrungen mit Refurbished-Produkten gemacht, aber ob man bei einem Handy so weit gehen will, dass es jedem selbst überlassen. Wichtig bei Handys wie auch bei anderen Items, wie zum Beispiel Laptops, wer besonders billig kauft, kauft in der Regel tatsächlich zweimal. Auch ich habe schon mal einen Laptop für 200 Euro gekauft, den Kauf aber sehr bereut, sodass ich mir nach ein paar Monaten einen deutlich besseren gekauft habe. Bei Dingen, die man wirklich oft verwendet, sollte man deswegen keine allzu großen Kompromisse eingehen. Lieber also schon gute Qualität kaufen, aber nicht das High-End-Modell, sondern zwei bis drei Stücken drunter und dann lange verwenden, bevor man wieder upgradet. Als nächstes kommen Gebühren für Bankkonto, Kreditkarten, Depot und Aktienkäufe. Denn ich wäre kein Finanzkanal, wenn ich nicht auch diesen Bereich optimiert hätte. Aus meiner Sicht lohnen sich die oft angepriesenen Vorteile von zahlungspflichtigen Bankkonten oder Depots nicht. Viele Menschen sind glaube ich aus Bequemlichkeit bei einer Filialbank und haben dort mehrere Produkte und zahlen für jedes dieser Produkte mehrere Euro pro Monat. Dass auch so kleine Summen über die Zeit schon ins Geld gehen können, das sehen anscheinend viele nicht. Denn ich persönlich zahle für mein Girokonto, mein Sparkonto und meine Depots keinen einzigen Cent in der Führung. Genauso zahle ich für meine Karten und meine Aktienkäufe ebenso nichts. Und solche Broker und Produkte zu finden ist nicht besonders schwer, aber viele Leute beschäftigen sich augenscheinlich nicht damit. Ich kann nur jedem empfehlen, lege auch hier eine gewisse finanzielle Intelligenz an den Tag und wähle Banken, Broker und Produkte nach Qualität, aber auch nach Kosten aus. Denn all diese Dinge müssen in der heutigen Zeit nichts mehr kosten. Das waren 10 Dinge, für die ich kein Geld bzw. weniger Geld ausgebe. Und falls dich das Thema Investieren interessiert, verlinke ich dir hier mein Video zum Thema Investieren für Anfänger, in dem ich dir meine wichtigsten Tipps gebe, wenn du mit dem Investieren anfangen willst. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video.